Was ich liebe Bei der Gitarre, und das ist eigentlich untypisch für mich, ist der Highspeaker Breed Sound. Der hat einfach so, also nehme ich für... Die Gitarre, und das ist eigentlich untypisch für mich, ist der Highspeaker und das ist eigentlich untypisch für mich, ist der Highspeaker und das ist eigentlich untypisch für mich. Die Gitarre, und das ist eigentlich untypisch für mich, ist der Highspeaker Der hat einfach so, als ich mich, ist der Highspeaker Musik Musik